Ein Leben, in dem jeden Tag ist wie der andere, nicht mit mir. Darum habe ich mich für einen Job entschieden, der Abwechslung bringt und bin Lehrerin geworden. Die Kinder haben eine frische, positive Energie, die mich motiviert. Und auch ich kann ihnen etwas fürs Leben mitgeben. Aber meine Entdeckungsreise ist noch lange nicht zu Ende. Mit Mitte 20 bin ich als Model gescoutet worden. Ich liebe es, vor der Kamera zu stehen und in unterschiedliche Rollen zu schlüpfen. Nach einigen privaten Rückschlägen frage ich mich ständig, was will ich? Was sind meine Ziele? Antworten finde ich mit meinem Pferd in der Natur. Und Entscheidungen treffe ich aus dem Herz heraus. Ich sehe immer das Positive und agiere lösungsorientiert. Mein Motto? Mach keine Probleme, wo keine sind. Wir leben in einem Land, wo es extrem viele Möglichkeiten bietet. Und ich bin der Meinung, dass man diese Chancen wahrnehmen muss. Wir sind da zum Leben. Mein Name ist Melanie und ich bin Chancenauskosterin. Vielen Dank.